Hallo, wir sind hier gerade bei Wildcoast und zwar ist das ein Restaurant, aber auch eine Bar gleichzeitig zusammen. Man kann sich hier super Essen bestellen, also hier gibt es von Pizza bis zu Burgern, alles was man haben möchte, Steak, alles rum und dran. Es war super lecker, also wenn man gutes Essen haben will, kann ich auch empfehlen, wenn man in der Stadt ist, hier vorbeizukommen. Die Atmosphäre ist einfach der Wahnsinn, also man hat viel Spaß, die Musik ist super, die Leute sind total nett. Es gibt auch Fernseher, wo man Fernsehen gucken, also natürlich mit anderen Leuten zusammen, zum Beispiel ein Fußballspiel gucken kann. Also es bringt uns super viel Spaß.